Ihr dachtet, letztes Mal war der heftigste Prank? Nein, heute wird's heftiger. Wir haben einen neuen Mod installiert und guckt euch das jetzt mal hier an, was ich hier jetzt mache. Ich geb hier was ein und guckt euch das an. Guck mal, er heißt Einversteine, er hat mein Skin, er baut sich für mich rüber und holt die Emirates. Leute, wenn Enzo das nicht auffällt, das wär so krass. Guck mal, wie er da jetzt Emirates holt. Jetzt macht er sich auf den Weg zurück und da kommt die Post. Guckt jetzt, guckt euch das an. Er droppt mir einfach die Emirates und zack, er ist weg. Lasst, Lande, bitte. Alle, Ante, was geht? Ich bin einfach, Lande, es ist Ende. Wie spürt ihr mal? Wie geht's? Ich seh dich nicht. Oh, ich hab meine Spitzsäcke vergessen. Ich hab meine Spitzsäcke vergessen. Let's go, mit Ende. Let's go, was geht? Was geht, Junge, beeil dich. Geh in die Mitte. Ich krieg heute in die Emirates zuerst. Ich krieg die Emirates safe zuerst. Ich bau mich schon rüber. Was geht? Was geht? Junge, wie lang bist du? Guck mal. Was geht? Warte, ich komm. So, ich fahr mich schon für die Emirates, Bro. Danke schön, du bist der Allermeste, den es gibt. Ey, geh weg, Ante. Junge, jetzt. Bitte, gib mir dein Packstück. Gib mir dein Packstück. Nein. Seid Ehrenmann, bitte. Oh, 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 oh. Yeah, ich hab's weg. Jawohl. Ja, als ob du nicht genug Glück hast. Oh mein Gott. Ehrenmann, Ante, du bist der Beste. Was? Ehrenmann. Danke für die Emirates, Bro. Junge, Alter. Jetzt hab ich schon die Glücksspitzsäcke. Ohne Ente. Was geht? Was geht? Was geht? Ey, Leute, was geht? Ich bin Ente. Okay, guck mal, in der Mitte ist. Du nicht. Was geht? Jetzt kommst du auch nicht mehr rüber. Es war ein... Kannst aufgeben. Nicht rüberspringen. Nicht rüberspringen. Hau. Yeah, mein Schocks. Jetzt kann ich erst noch ein bisschen fahren, Leute. Wir haben auch wieder neue Alten zum Shop, wie in dieser neuen Folge. Oh, ich hab wenig Blöcke. Das ist ganz gefährlich. Ähm, Ente, du kommst jetzt bitte nicht rüber. Was? Ich hab heute nicht so viele Blöcke am Start. Ich hab mir über Treibhalt. Hier, wir stehen stehen. Ich geh weg vom Handy. Warum bist du immer in Aufnahmen am Handy? Warum? Man ist da nicht lag. Ja, ja, ja. Du bist im WhatsApp. Mit wem schreibst du? Hä, was verhandlichst du uns? Was geht? Oh, 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 oh. Komm, zwei Stacks. Ich will mindestens zwei Stacks. Komm, komm, komm. Ich muss hier weg. Ich hab keine Blöcke dabei. Oh, oh. Okay, Ente ist auch weit weg. Alles gut, Leute. Let's go. Ab hier zum Shop. Oh, ihr seht schon, was wir hier neu haben. Äh, Ente, willst du die? Ja. Für was? Wie viele? Äh... Ey, du hast die Hand, Alter. Ja, ich hab nix vor. Ich hab nix vor. Es ist nur Abflücherung. Junge, durch die Hand. Falls du mich runterschubst. Hier, ich schenk den dir. Und jetzt lass mich in Ruhe. Echt jetzt? Was geht? Du kannst ja gleich mitnehmen, wenn du den brauchst. Also, Diamanten sind... Äh, hab ich gehört. Ganz gut, auf jeden Fall. LOL. Du hast überlebt. Was geht? Ja, ey, du hast mich getrollt. Hä? LOL, das war der Troll fürs Video. Tschüss. Spaß, ich treu mich heute nicht, Bro. Hey, doch, du hast mich grad getrollt, Alter. Du wolltest mich umbringen. Nein, 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 nein. Was, das ist im Shop, ey? Ja, Mann. Ja, ich kann mir einen Bogen kaufen. Mit dem Bogen mach ich nicht K.O. In der letzten Folge war es so OP. So, Feier hab ich auch gekauft. Ist der Bogen gut? Guck mir mal. Bleib nicht. Nein, auf, nicht schießt. Und Gift. Und Gift. Mach dir nicht One-Hit. Ich hoffe nicht. Nein, bitte, Alpha. Lass mich doch fahren. Ich muss einmal probieren, bitte. Lass mich fahren. Enten, zeig dich. Nein, bitte, Alpha. Enten, komm, ein Schuss. Ah. Okay, okay, du hast überlebt. Alles gut, alles gut. Wir bleiben. Ja, ich hab schon eine Samurai-Hose. Oh mein Gott. Ey, ich brauch mehr... Ey. Noll. Was ist passiert? Ehrlich, ich hab nichts gemacht. Es ist explodiert. Warum ist es explodiert? Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, aber ich hab was mit Plein, das sind die abgebaut. Alles ist weg. Du hast den... Ah, ich glaub, du hast den vielleicht in die Hand genommen oder so. Ich weiß nicht. Wenn man den abbaut, dann dropf wieder. Oh mein Gott. Noll, das hast du wirklich nicht gewollt. Wirklich. Das war grad Zufall, Ente. Junge. Die Mitte kannst du jetzt auch wieder abschmieren. Und ich hab einen Bogen, falls du kommst. Ich brauch wieder kurz ein bisschen. Du kannst bist... Ah, ich hab eh die Ende Hand. Junge, ich muss mich nicht rüberbauen. Ich hab noch gar nichts. Noch gar nichts. Die Ende Hand ist... Ah, du hast mir eben gezeigt noch vor dem Video. Hier, man kann ja einfach auf den zweiten Slot machen. Das ist richtig krass. Nein! Jetzt kann ich mich einfach so die ganze Zeit rumteleportieren. Und gleichzeitig hier Waffen benutzen. Die ist das. Leute, dieses Item ist so OP. So, ich hab mir grad noch meine Spitzhacke. Und zack, bin drüber. Hier einkaufen, easy. So, ich glaub, ich hol dir erstmal Cases. Wir müssen OP sein gegen Ende. Und wir haben ein neues Orb. Damit kann man was richtig Heftiges craften. Das sieht so aus wie Eisen. Ungefähr nur in Bund. Damit kann man auf jeden Fall... Guck mal, 34 Attack Damage, das Schwert. Ich muss unbedingt heute die Rüstung craften. Aber mal gucken, wir müssen uns hier erstmal generell wehren können. Ja. Äh, hier Night-Helm. Rütterrüstung, glaub ich. Komm weiter. Ah, wie an der Axt. Axte bringen leider nicht so viel. Ich guck mal noch weiter, was ich krieg. Schwerter. Okay, nice. Schwerter kann man immer gebrochen. So. 21 Attack Damage und 14. Was? Ehrlich, so schwach? Egal. Juri, ich hab gar nichts, sei doch froh. Willst du auch wieder nichts mehr haben? Nein, bitte, bitte, bitte. Nicht schon wieder. Wenn du mich einmal schlickst, Alter, das weiß. Ich mach doch gar nichts. Ich will nur den Prüfer. Ich will nur gucken, ob du wirklich Emuls abbaust. Ob alles sicher ist. Hör auf. So, ich kann ja mit abbauen mit dir, Bro. Nein. Ja, ja, ja. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ja, ja, ich mach weiter. Wir teilen, okay? Ja, ich mach weiter, mach weiter. Wenn du mich einmal schlickst, dann weiß das, okay? Mach ich nicht. Wo ist der D-Block, Kind? Wo ist der D-Block? Äh, der ist runtergefallen. Gut, weil hättest du ihn jetzt platziert, dann wärst du irrenlos. Was geht? Okay, eins muss ich dir geben, das. Ah! Gut, tschüss. Das Gift-Effekt. Ich hab immer noch... Nee, ich hab genug, lol. Soll ich das schon einkaufen? Und wir haben neue Waffen. Warte mal, endlich. Nein, 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 nein. Bitte nur nicht, bitte nur nicht, bitte nur nicht. Die hat 40 Damage. Warte, wo bist du? Welche? Alter, und wie es hier auch aussieht, dieses Interface. Yo, was ist für ein Schuss? Was? Aber nur acht Schüsse. Was geht? Ah! Das ist ja richtig schnell, das ist wie ein Laser. Einmal kurz rüber und du bist down. Hau auf! Was geht? Hör doch auf! Nenn, Mann! Au! Warte, kann ich deinen Job auch besiegen? Hä, dein Job hat überlebt, warum? Ja, dein Job ist weg, oder? Hey! Was geht? Ich hab doch nicht mal was gekauft. Jetzt hast du Emirates, aber kannst du nichts kaufen. Perfekt, dann kann ich nicht so lange weiterfahren. Okay, ich gönne mir jetzt das neue Orb. Äh, hier das neue Erd. Wieder ein paar Kisten, falls endlich wieder sich was böses überlegt. Hier noch eine neue Waffe will ich auch testen. Und sonst brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel. Machen wir den Rest noch Cases. Gut, für da hab ich was, für weit hab ich was. Oh, nee, die ist leer. Oh, oh. Egal. Komm, Kiste, let's go! Neuer Bogen. Ah, ich brauch Pfeile, ich brauch Pfeile. Komm nicht rüber, Alter, du wirst sehen. Ich bin auch gar nicht drüben. Ich seh dich in der Mitte, warum? Ich baue ein Wölzer. Ja, mach, mach ruhig. Ich mach dir doch den Bogen auf. Oh, ey, was für die Kisten, mein ich? Warte, das gibt nur einen Blind-Effekt. Das gibt's. Oha, der gibt richtig viele. Oha, der schießt fünf Pfeile auf einmal. Warte mal. Krass, der schießt richtig viele. Was geht? Was geht, Alter? Du hast den Bogen überlebt. Wie kann das sein? Hast du etwa... Leute, geh weg von der Mitte. Ah, ich hab das noch gekauft. Warum mach ich nichts damit? Ich hab nur Crab rausbekommen. Na, hier ist so ein bisschen zubaut, falls die böse Ente kommt. Ich muss doch irgendwie hier Ablagerung haben. Boah, glaub ich, noch Kisten oder so, damit ich da alles safen kann, falls die kommt. Obwohl, wir haben in die Änderung, Chase. Du bist auffällig. Was... Ey, Leute, die Sniper! Was geht? Warum hast du die Sniper geholt? Warum? Hä, gar nicht. Schieß einmal auf mich und du wirst ihn. Denk nicht. Was magst du da? Kann ich nicht hinfrozen, Ente? Was geht? Ja! Du hast alles verloren. Idiot. Wo ist dein Abasuka? Hab ich die bekommen? Alles weg. Alles weg. So, jetzt erst mal hier mit dem Ohr. Ich hab ja voll vergessen, hier was kraften. Ich bin gespannt, wie OP er ist. Mal gucken. Einfach Regenbogenrüstung. Oha, guck mal, was ich hier für Rüstungspunkte hab. Was ist das für eine? Hier ist die schon ganz voll. Dann ist hier noch eine Schicht. Und dann noch eine. Junge, ist das OP. Oh, ich hab noch ein Schwert. Das ist mein allersteckstes Schwert, was ich hab, glaub ich. Einfach das Regen. Gibt's auch einen Regenbogenbogen. Das wär auch heftig. Oha, was kann man für ein OP-Schwert craften? Kann ich das machen? Ich brauch Gold. Wo bring ich denn jetzt Gold her? Alter, hast du Gold? Nein, siehst du aus? Du hast noch Goldketten zu Hause. Nein. Spaß. Hä, krieg ich vielleicht aus der goldenen Kiste was raus? Gucken wir mal. Vielleicht kann man hier irgendwo Gold kriegen. Wie ein langweiliger Helm. Oha, der gibt plus zwölf Amor. Und der gibt nur plus fünf Amor. Junge, die Regenbogenrüstung ist ja richtig OP. Emro, kommst du rüber? Hä, was? Was hast du vor? Gar nicht. Okay, wie du willst. Wir müssen sehen. Ich hab jetzt eine neue Taktik. Guck mich nicht an, okay? Was? Ich hab meine Rüstung versteckt. Weil du bist mir zu gefährlich. Was geht? Ich geh mir jetzt mit der Amorant zurück. Geh zu der Bett. Ich bin nicht in der Mitte. Ähm, äh. Hä? Nein, ich bin Blattes. Hä? Ähm, du hast nichts gesehen. Hä? Hä? Warum? Warte mal, wie? Hä? Hä? Bist du mit zweiter Counter oder was? Hä? Jo, Bro, ruhig mit der Amorant, ruhig mit der Amorant, Bro. Komm, 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 komm. Was ist das? Wer ist das? Danke mal, danke für die Amorant. Junge, wer ist das? Let's go. Holt mit der Amorant. Was geht da ab? So, was geht da ab? Holt mit der Amorant. Was? Hey, wer sind das? Let's go. Wer sind die? Hey, der Server ist gecrashed. Der Server ist kaputt gegangen wegen dir. Hey, bist du wegen mir? Oh mein Gott, was ist hier passiert? Wer war das? Wer sind die? Hey, Adam. Junge, wie viele jetzt sind? Oh mein Gott, gar nicht gut. Sag doch, wer sind die? Ich hätte nicht so übertreiben dürfen. Jetzt ist der Server kaputt gegangen. Ich habe, bevor du auf dem Server was hier aufgezeichnet. Das ist lecker und richtig krass. Guck mal, ich drücke jetzt. Nein, bevor du mich hier runterkickst. Guck mal, ich gebe jetzt hier einen Befehl ein. Und jetzt kommt hier jemand und muss seine Arbeit erledigen. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Das hast du nicht bemerkt. Hä, hast du gemacht oder was? Ja, direkt am Anfang des Videos habe ich auch so einen benutzt. Was? Der wohnst jetzt rüber. Ja, der packt jetzt hier jetzt da durch. Hey, der geht durch die Wand. Ja, weil das vorprogrammiert ist. Guck mal, jetzt macht er da schon Emeralds ab für mich. Jure, das ist Scam. Ja, bring mir die Emeralds. Bring die Emeralds zu meinem Platz. Komm, bring sie da hin, wo sie sein soll. Und dann dropp sie für mich. Ehrenmann. Und hab mir zehn Emeralds mehr. Ist dir das nicht aufgefallen? Nein, gar nicht. Aber sieht doch richtig echt aus. Guck mal, dein Name steht da. Alles dabei, wirklich. Hä? So eine krasse... Da kannst du nur aus keine Rüste. Ich wollte dich gerade runterschubsen. Und dann hast du mich leider gesehen. Ey, Cloud, besinke dich. Hä, darf ich doch? Nein. Warte, ich habe eine Idee. Okay, warte. NPC Rack. Äh, Bett abputz. Jetzt teleportiert er sich rüber. Zack. Sponsor ein Bett ab. Und auf der Aufnahme beenden. So. Nein, nein, nein. Wenn du jetzt drauf gehst. Nein, nein. Ich platziere es hier wieder hinten. Komm, du bist Zuschauer. Du bist Zuschauer. Warte, guck, guck. Der Bot ist da. Guck, guck, guck. Der ist da. Was? Der Bot hat ein Bett ab. Nein. Der hat schon abgebaut. Zu spät. Leute, lassen einen Like. Da lassen ein Abo da. Ende hat gewonnen, wenn ich sage. Tschüss.